Das hier sieht echt eklig aus. Mach das bitte mal zu Ende weg. So. Noch irgendwas, was die zwei, drei kleinen Jungs machen könnten. Das hier kann weg. Das da kann weg. Alte Dinger können weg und mehr möchte ich erstmal nicht in Auftrag geben, weil die Aufträge halt nur fünf Minuten oder so da bleiben. Angriff oben rechts. Alles schon kaputt. Okay. Blueprint. Mach bitte ein Blueprint davon. Ja. Und setz dich einfach mal da hin und guck, wie viel angeliefert wird. Jetzt kommen alles hier in die Geldkiste. Jo. Ich werde sehr schnell ein Zentrallager brauchen. Habe ich dafür genug Ressourcen? Nicht wirklich. Bauen wir einfach mal drei, vier Kisten hier so hin. Denn ist das unser temporärer Zentrallager. Das werden wir später eh alles noch wieder... Oh. Da ist ein Ärmchen draufgekommen. Ein Ärmchen, das Kupfer aus einer Kiste rauskommt, das wir gar nicht mehr brauchen. Ah, das ist doch super. So, wo war ich? Ähm, genau. Zentrallager werden wir später eh umsetzen müssen, weil es dann eher mittig hin gehört. Aber bis dahin ist es okay. Ich sehe allerdings nur Roboter, die mich befüllen und nicht ewig Roboter, die das da hinten aufbauen. Wobei das die Logistikroboter sind. Das da oben machen nicht Logistikroboter, sondern die Bauroboter. Und die Bauroboter sind da beschäftigt, dass sie das abreißen, was ich eben gerade aufgegeben habe. Also ja, es kann keiner machen. Oh, aber es machen... Oh. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn, zwölf. Zwölf oder so Bauroboter. Hätte ich jetzt nicht gedacht, dass ich doch schon so viele habe. Gut, gut. Krieg, krieg, krieg. Mein Lieblingsgeräusch. Ist noch ein bisschen zu langsam. Eigentlich müsste ich das machen. Aber es ist ein Anfang. Definitiv ein Anfang. Schöne Sache. Gut. Ihr habt weiterhin keinen Kupfer und Kuh. Hier sind zwei. So, Metall. Metall ist echt kein Problem. Ja. Aber Kupfer. Und da wir hier eh keine Produktion mehr haben, kann das auch abgerissen werden. So. Das da auch. Das sind die komischen Ärmchen. So. Genug Befehle erteilt für die Roboter. Jetzt komme ich mal runter, wie es mit der Forschung aussieht, was da jetzt fehlt. Weil ich glaube, die hellblauen Tränke werden gar nicht vollautomatisch hergestellt. Da musste ich irgendwas von Hand nachwerfen. Und während ich da unten bin, kann ich auch gleich mal gucken, ob das mit den Akkus alles so weit hinhaut. Und wie viele Solar Pendle schon da sind. Wenn überhaupt noch welche da sind, wegen dem Auftrag oben. Hier ist eine Arbeit. Ist gut in Arbeit. Das heißt, wir könnten hier auch gleich das Blut schon draufsetzen. So, hellblaue Tränke. Was fehlt euch? Euch fehlen rote Chips. Also euch fehlt alles, weil es... Wer hat das blaue Ärmchen denn da rot gemacht? Warum das denn? So. Nimm mal Anforderkisten, bitte. Und mobs dir hier irgendwo Kupfer. So. Bauen wir noch mal an vor der Kiste. Hättest du gerne Batterien, Rot, Grün, Krämchen und Stahl. Bad Rot Krämchen. Bad Rot Krämchen. Bad Krämchen, Stahl, Stahl. So, aber keine 50, sondern nur 10, keine 200, sondern nur 20 und keine 200, sondern nur 10. Tu mal auch mal nur 20 oder so. So, anderes blaues Kiste liegen. Geh da hin. Shift rechts, Shift links. Okay. Theoretisch wird alles angefordert, allerdings wird es noch nicht im System alles vorhanden sein. Wow. Reduzier dich mal auf zwei Slings, bitte. Den Rest nehme ich für Eigenbedarf. Den ich ebenso. Den Rest nehme ich ebenfalls für Eigenbedarf. Wobei, ich hatte doch genau das andersrum gemacht vor ein, zwei Folgen, oder? Ich hatte die Beschränkung extra rausgenommen, damit die Ressourcen, ja, alle auch verbraucht werden. Ist okay. Mach, mach, tob dich aus. Grüne Ärmchen, grüne Ärmchen, grüne Ärmchen. Da. Du musst eine rote Kiste werden. Wofür ich wieder Stahl brauche. Da. Kommt nicht so viel rum, ha? Na gut, wie schaut's hier unten aus? Das sollte besser sein. Wow. Ich hab nichts gesagt. Stahl wird instant verbraucht. Für die Position da hinten. Ja, nee. So war das nicht gedacht. Ähm, ähm. Pff. Ich hätte gerne eine Stelle, wo ich das für mich abgreifen kann. Also eins von den beiden darf nicht am System angeschlossen. Na, wobei, du bist nicht am System angeschlossen. Also, du bist am System angeschlossen, aber du wirst nicht automatisch verbraucht für das da zum Beispiel. Du wirst verbraucht für alle anderen Dinge. Jetzt auch mal das mit dem Lule. Das heißt, ich muss mich jetzt, muss mich echt mit euch prügeln, um das alles hier hinzubekommen. Das ist doch ärgerlich. Nur mal blaue Kisten, zack, weil die da unten fässt. Au. Das wird zerstört. Das wird zerstört. Wo ist meine Präzisions-Gedding-Gun? Ist ausgewählt. Gut. Was wurde zerstört? Ein blaues Ärmchen. Wo? Ach, ich muss gar nicht mehr gucken. Vertraue den Robotern, Gehro, Vertraue den Robotern. Irgendwo müsste jetzt ein kaputtes Ärmchen sein. Und irgendein Construction Board müsste sich aus der Kiste einschnappen. Ein blaues, von oben. Und dann dahin fliegen. Neue Basis. Ah, schön für die Basis. Hier. Und hier. Das hätte ich gar nicht wirklich gebraucht. Aber so haben wenigstens die Roboter immer Zugriff zu blauen Ärmchen. Und nicht nur dann, wenn ich oben netterweise Ersatzteile reingeschmissen habe. Du kannst mal weg. Und ich muss mich aussortieren. Gib mich Stahl. Mehr Stahl. Und er geht auf. So. Die erste lila Kiste zum Entmüllen. Und ja, ich weiß, es gibt Müllslots inzwischen. Aber die habe ich noch nicht erforscht. Also mach das mal leer, leer, leer. Haben die jetzt eine Weile was zu tun? So. Grüne Tränke. Das. So. Das dürfte ich jetzt leer machen. In den nächsten 13 Folgen oder so. Hier ein paar Logistik-Pots. Gut. Was hatte ich noch gesagt, was ich alles machen wollte? Also ich wollte die Akkus und die Solar Panels automatisieren. Ich wollte mehr davon allgemein aufbauen. Das haben wir mit dem Blueprint oben gemacht. Essen und Trinken ist sowas okay. Oh oh. Nimm das mal raus da. Das habe ich ganz übersehen. Roboter haben hier regelmäßig mein Raumschiff gefüttert. Warum forderst du das immer noch an? Nein. Ich glaube, das Raumschiff hat die KI meiner Roboter übernommen. Das sind einfach nur alte Aufträge gewesen. Ich lauer jetzt hier. Ich warte, ob das Raumschiff meinen Roboter wieder irgendwelche Befehle erteilt. Oder ob es wartet, bis ich weg bin und erst dann wieder Roboter hinfliegen. Scheint alles gut zu sein, aber ich behalte dich im Auge, Chip-Karag-Kar-Kar-Kase. End damit. Okay. Also Strom ist auf einem aufstiegenden Pfad. Krämchen fehlen hier, aber die werden nach und nach hingeliefert. Stahl ist im System angeschlossen. Batterien sind nicht angeschlossen. Die müssten wir hier dann irgendwo abzwacken. Genau hier. Hier brauchen wir jetzt ein Krämchen. Du nimmst bitte nur Batterien. Aha. Und tust dir in die rote Kiste, die wir nicht haben. Aha. Und dann hätten wir das auch als Zugang. So. Woran hapert es hier bei der Chip-Produktion? Einfach mal Geschwindigkeit richtig. Draht wird nicht schnell genug überreicht. Okay. Ich mach das auf das. Das auf das. Und dann soll ich das hinhauen. Oh. Schaut schon besser aus. Okay. Hier sind schon blaue Ärmchen. Die brauchen eh nicht so viel. Kann ich alle mal setzen. Das Upgrade-Tool haben wir hier nicht bei Hard-Polio. Das hatten wir noch im Shadow-Mod-Pack. Ihr seid voll. Okay. Geht mal. Geht mal her. Damit laufe ich jetzt mal oben zur Munitionsherstellung. Also damit unten in der Eisenkiste voll. Sorry. Hier bräuchten wir übrigens auch Licht. Ganz schön zappen, duster. Sehr gut. Oh. Das Eisen hier ist auch alle. Oh. Das ist nicht schön. Erste Schwungerscheinung. Das heißt, sowohl diese kleine Eisen-Ader hier ist bald alle, als auch die da oben. Das heißt, die Expansion Richtung Osten müsste dann bald vonstatten gehen. Und dann hau ich hier den Drill hin. So. Cannot insert my drill. Sehr selbst. Okay. Tun wir da. Kann ich nicht absetzen. So. Kiste? Ich hab keine Kiste. Ich kann keine Kiste bauen. Bleib einfach da für später. So. Auf zur Sniper-Munition zurück. Hier. Kupfer. Kupfer. Du brauchst nur Eisen. Hast aber mehr als genug. Das haut alles hin. Okay. Und es ist fast fertig geworden. Hey. Das hätte ich nicht gedacht. So. Setzen wir dich da einmal drüber, damit die Reste gebaut werden können. Und dann gucke ich mal ganz kurz zur Lila-Kiste. Wo hatte ich die Lila-Kiste hingetan? Mist. Ich glaube unten irgendwo. Ich würde nämlich ganz gerne wissen, ob ich die Lila-Kiste jetzt schon leer bekommen habe mit den paar Logistik-Bots, die ich habe. Da kannst du auch schon ein paar von bauen. Ob die Lila-Kiste leer ist. Weil wenn ja, dann könnte ich einfach die ganzen Kisten, die ich jetzt überall verteilt habe mit Krams, kurzfristig durch die Lila-Kisten setzen und einfach alles ins System geschmissen wird. Weil ich sortiere so häufig aus und lasse überall an allen Ecken mein Zeug liegen, dass teilweise recht wichtige Sachen auch drin sind, die ich dann neu baue, weil ich denke, ich habe sie nicht. Und das ist dann ein bisschen doof. Hier ist die Lila-Kiste. Und sie ist bei weitem noch nicht leer. Okay, soviel dazu. Jetzt bleiben wir hier alles ein bisschen voll. Um besser zurechtkommen. Dicht hier unten können wir dann auch bald durch Fuel-Blocks ersetzen. Das ist schick. Und ich habe vergessen, hier die Verbindung neu zu bauen. Das ist nicht schön. Brauchen wir so ein Ultralang-Ding. Die hätte ich so wohl auch gehabt. Ich habe sie dann, glaube ich, auch wieder aussortiert. Aber gut. Bau ein Ultralang-Ding. Was vielleicht einen Ticken übertrieben ist. Ein normales Setz auch getan. Aber was soll's. Irgendwann schießt. Schlägt was? Da. Gut. Du gehst, bitte. Hätte nicht dober laufen können. Geh da hin. Und da hin. Und hinterher dich. Da. Okay. Das heißt, ihr werdet auch wieder alle versorgt. Das ist gut. So, hier wird immer noch rumgepflegt. Alles wird verdoppelt. Und wir haben mehr als genug Kupfer. Das ist schön. Können schon bald ein neues Blutpult setzen. Das ist auch schick. Eisenhapert noch so ein bisschen. Weil ich halt da einen Riesenverbrauch habe. Ich hätte gerne noch einen Stahlproduzenten. Also ich müsste ihn irgendwo hier noch mit hinbappen. Wir haben. Ja, wir haben doch relativ Eisen. Also ich könnte erst mal hier das ein bisschen erweitern. So. Und hier einfach mehrere Schmelzööfen hinmachen und aus den Kisten auf ein Fließband legen. Ich glaube, das mache ich auch, weil ich brauche mehr Stahl. Viel mehr Stahl. Also kommt das bitte hier auf ein Fließband. Und ich hätte das Fließband vielleicht andersrum machen sollen. Ja, wahrscheinlich. Dann kommen die Schmelzööfen mal hier so hin. Zwei Stück. Ne, das reicht nicht. Was ist eigentlich hier? So, was sind die? Mach das mal andersrum. Das sieht einfach aus. Das machen die Törner, das machen die Törner. Mach ich hier so rum. Dann packen wir die Schmelzööfen hier hin. Ich musste nur daran denken, dass unter den Schmelzöfen noch Kupfer ist für später. Also da, da. Und das Cracking ist fertig. Sehr gut. Da. Zip, zip. Rein, rein. Und hier jetzt. Mach da hoch. Und du. Da hoch. Das heißt, hier hätten wir jetzt drei neue Schmelzööfen. Die durchgehend laufen sollten. Die auch noch ein paar Spiegelöfen kaufen. So. Und? Es verbraucht jetzt sehr viel Eisen, das ist richtig. Aber die wichtigen Sachen für die Laberlampe schnappen sich ihr Eisen ja schon vorher weg. Das sind diese fünf Wärmchen. Und erst wenn diese Sachen oben alle komplett mit Eisen abgedeckt ist, erst dann kommen die Sachen nach hier unten und kann zu Stahl weiterverarbeitet werden. Also sollte soweit okay sein. Das heißt, ich mache hier hinter mir noch sowas und mache da eine nicht angeschlossene Kiste und mache das so. Das heißt, wenn irgendwann mal der unwahrscheinliche Fall auftreten sollte, dass diese Kiste hier voll ist mit Solarpanels, wird der Stahl hier in die Kiste eingelagert, damit ich es mir wegschnappen kann. Klingt soweit gut. Guti, was jetzt? 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 Vielen Dank.